Die Kampagne Afrika on I-Level, ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut und das im Kongo, im Herzen der Finsternis. Das ist jetzt echt eine Katastrophe. Wenn ihr kommt, ist es um deine Vision des Weltes über uns. Ich denke, sein Arbeit wird sehr interessant für euch. Wow, schaut! Das ist nicht möglich für uns, dass wir in China gehen. Ja, das ist möglich. Willkommen in China. Mir gehen die Augen über. Wir landen nicht im Knast. Wir verteilen das hier schön und verhalten uns unauffällig. Tschüss, Guanzhou. Tschüss, Guanzhou. Stadt der Möde. Ja. Bobby Lama, Badonga, Badata. lengthlamen. Oder und subtract. Das ist der 3. Das ist der 3. Das ist der 3. Die Flüge von Kinshasa-Brazzaville. Das ist der Flüge. Das ist die Flüge von Kinshasa-Brazzaville. Das geht um die Leute von Kinshasa-Brazzaville, weil das nicht möglich ist. Das ist der Flüge von Kinshasa-Brazzaville. 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 Das ist die Flüge von Kinshasa-Brazzaville. Das ist ein W狙i für Sie zu sprechen, die mit den Behörden von Kinshasa-Brazzaville, die mit den Behörden von Kinshasa-Brazzaville, die Sie in den nächsten Bereichen zu besuchen. Das ist der Flüge von Kinshasa-Brazzaville. Das ist das die Nachور der Reihe von Kinshasa-Brazzaville. Das ist die letzte und die dritte Glockenze von unseren Kommentaren. Wir sehen uns auf die nächste Woche, die nächste Woche. Bye! Pascal! Das ist hier an dem, ich sah euch schon im Knast. In China. Super! Hat hier auch alles dabei? Guck mal, wie wir uns schick gemacht haben für dich. Zeig mal, wir wollen dich auch sehen. Lugo! Man hat mich gleich schon mal gesehen. Yeah! Ah, das Sack, ja. Du siehst das? Ja, ja, ja. Die ganzen Klamotten sind drin, das spürt man. Ja, ne? Ist das okay? Super! Pascal, darf ich mich gleich hinsetzen? Das kann ich nicht mehr. Ja, unbedingt. Ich hole euch zwei Biere. Ne? Ja, ja. Macht es euch gemütlich. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Hier können wir Kunden finden, die mehr als wir in China haben. Ja, ja. Ja, das ist das, das Business. Das ist High Copy. Das ist High Copy. Wir sagen High Copy in China. Ah, die Copy. Ja, ja. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ja, das ist ein Gemüter. Da ist die Öfffung. Das ist die Öfffung. Oh, das ist eine schöne Idee. Das ist ein Gemüter. Ja, das ist gut. Das ist das, das ist eine gute Idee. Da ist hier. Vielleicht Pascal kann es das für das mal? Ich habe einen T-Shirt, aber das ist nicht meine Tasche. Nein, 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 nein. Oh, ich habe einen T-Shirt. Oh, ich habe einen T-Shirt. Ich habe einen T-Shirt. Eine Kombination Kiso-Banzoba. Kiso-Banzoba. Ideen oder nicht? Ideen. Das ist ein Stil Foul. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Red. Red one. Ah. Ja, das ist ein Stil. Ja, das ist ein Stil. Ich denke, das ist so. Nein, aber es geht. Aber es funktioniert auch nicht. Ja, mit den Basketen. Auch ohne T-Shirt. Es ist wirklich sehr klassisch. Reine. Reine Reine Reine. Reine 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 Reine. Reine 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 Reine. Ja, das ist schwierig. Das ist sehr schön. Ja, das ist richtig. Ich beginne zu werden Falcum. Mit der Haarek hat sich das ist. Ja, das ist perfekt. Und du kennst du Mannekäns-Femme? Ja. Mit denen kann man arbeiten? Ja. Du kannst du Mannekäns-Femme? Du kannst du Mannekäns-Femme. Ja. Ja. Du kannst du Mannekäns-Femme. Ja. Du kannst du Mannekäns-Femme. Ja. Da bin ich abwärts schein. Ich muss immer aktivieren. Das ist alles. Ja. Du kannst es nicht beendet. Ich kann ich aber auch noch. Es geht bei mir. Das ist super! Okay, ein Close-up, und nur für die Close-up. Wir wollen nicht den Rappochern, das ist möglich. Wir wollen den Rappochern! Ihr könnt euch mal sehen, dass es die Klammer ist. Ja, wir sind in Dresden. Ja, in Dresden. Ja, in Dresden. Also, action. Das war's für heute. Das war's für heute. Action! Okay, now I'm ready to go to have the next one. So, is everyone ready? Music, please. Music. Focus. Focus, attention, action! Music. Yeah, very nice. Wonderful, thank you! Ah, it's good! Here, in the box. No, 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 no. So, now ladies? It's absolutely necessary to be on the mark in front of the camera. Yes. Okay. We need to approach a little bit. Yes. Is it good? No? Is it good? Action! Yes. Yes, okay. Ich erkläre dir, du bist nicht der erste Mal. Das heißt, die ersten Mal haben wir zusammengebracht. Ihr wisst, es gibt einen Mannekänen, wenn man hierhert, 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 dann geht es wirklich zusammen. Musik, bitte. Action. Wir haben jetzt gedreht. Das kann nicht sein! Sag mal, die spinnen doch! Pascal! Was ist los? 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 Sag das noch mal! Du machst jetzt keinen Witz! Sag mal, das ist Alex! Sag los! Was ist los? Die haben uns rausgekickt! Wer, wer? Wir sind nicht mehr Afrika on eye level! Die haben Alex vorhin angerufen und gesagt, wir sind raus! Wegen Markenpiraterie! Was ist los? 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 Sag mal! Was ist los? Pascal, du wirst los? Was ist los? Unsere liebe Agenz, wir haben uns gehört! Was ist los? A cause de la piraterie des marques, soi-disant. Das ist nicht wahr? Ja, wir haben alles investiert. Alles? Es ist sehr einfach. Wir sind ruiniert. Nein, nein! Nein, nein! Das ist die Situation! Nein, nein! 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 Nein, nein, nein! Ja, wirklich, dass wir unsere Arbeit haben! Ihrerée! Alle davon haben mich Jetzt nicht losz uns Vitam zu breit! Wir müssen uns bezahlen. Wir müssen bezahlen. Wir müssen bezahlen. Wir müssen bezahlen. Ich bin nicht bezahlen. Ich verstehe. Aber wir müssen bezahlen. Wir müssen bezahlen. Aber es ist nicht möglich. Lass uns jetzt nicht streiten. Das ist doch scheiße. Mach mal die Kamera aus. Diese Agentur, das hätte ich ahnen sollen. Aber jetzt sind wir hier. Und irgendwie müssen wir uns dazu verhalten. Was? Okay. Komm jetzt. Okay. Euroté, Pascal. Euroté. 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 Aber es ist nicht möglich. Aber wenn ihr mit den Vêtements reinkommt, das bedeutet, dass ihr sie viel mehr interessiert habt. Wenn ihr in den Vettements reinkommt, dann ist es ein Improvision. Ihr seid hier, was wir machen, wie wir es machen. Ein Improvision. Absolut. Wie genau würde das denn aussehen? Naja, das müssen wir danach, also zu Ende denken. Lassen wir uns auf diese Idee schlafen. Ich weiß nicht, ob ich sportlich genug für sowas bin. Aber ich sage jetzt mal einfach nur auf Deutsch, ich kann nicht mehr. Ich muss ins Bett. Ich sage hier, auf Wiedersehen. Mach du mit denen aus, dass wir die morgen noch mal treffen. Salut Dorothée. Salut, salut. Salut Pascal. Monsieur Cédric. Bien reposé? Absolut. Absolut. Très bien reposé. Bonjour Cédric. Ah, bien, bonjour. Et décidé. Ciao, ciao. 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 Salut Pascal. Hello. Alors, voilà. C'est très important qu'on ait pour cette collection, un label qui va présenter les vêtements. Et moi, le logo du label, ça ressemble à ça. Kinshasa Collection. Ça, on doit présenter ça sur les vêtements. Alors, c'est tout clair, j'ai déjà préparé deux ou trois vêtements qui vont être cachetés avec ça. Et je pense qu'on va aller les voir tout à l'heure. Fantastique. Où ça? Au marché. Au marché Gambela. Au marché. Au marché. C'est un marché qui n'est pas trop loin d'ici. Lui passe pour un Congolais. Personne ne saura qu'il est allemand. Si je parle pas. Ouais. Donc, euh... Ok. Moi j'ai compris. Il faut rester. Oui. Oui. Oui, oui. Diana, moi je peux prendre ta camera à ta place. Je vais filmer pour toi. C'est tout ce qu'on arrive. Non c'est la première fois. Je ne sais pas. C'est juste ça. C'est juste un travail. Il y a beaucoup. Il y a de la plupart des pleins. On peut avoir l'air de la couleur de nous. On ne va pas de la couleur nous. C'est pas. C'est qu'on peut le faire pour venir, Pascal. Oui. Je peux voir. Mais on ne va pas se passer pour toi. Alors, on va ? Ok. C'est bon. Estons ensemble. Et bien. C'est assez bon. Bien. Wie sind wir? Eine Millionste Bild auf dieser Terrasse. Bonjour. Boy, hab ich wenigstens auch mal Zeit, mich zu etablieren. Komisches Gefühl jetzt, ne? Ja, ist halt mal wieder warten. Naja, das ist sozusagen zurück auf Null. Wobei ich nicht weiß, ob es noch mal weitergeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Jana, ob ich noch mal die Energie aufbringen werde, irgendwie was anderes zu probieren. Ich meine, diese Sache, da kann man jetzt, wenn wir Glück haben, mit einem blauen Auge raus, so finanziell. Oh, guck mal, der da, guck mal. Siehst du den? Was? So ein kleiner Vogel mit dir, der ist ganz, ganz gelb. Ah, ja. Willst du, wir haben versagt? Mit dem Trailer? Nee, mit dem ganzen ... Also, hast du jetzt gerade das Gefühl, wir sind ... Also, so als Filmemacher? Kann ich irgendwie nicht einschätzen. Also, wären wir jetzt ... Wären wir jetzt hier gewesen, um irgendwie ... ... einen Kinodokumentarfilm zu drehen, dann ja. Aber, äh ... Keine Ahnung. Ich meine, ich finde die Wendung jetzt gar nicht ... Wer weiß. Also, ich meine, irgendwie kann das schon was ... Du meinst, wir müssen erst um die Kurve und gucken, was da kommt? Ich weiß. Ich bin mal gespannt, wie es dann irgendwie in Berlin läuft so. Ich allerdings auch. Wenn die, also ... Wenn das funktioniert ... Und ich finde es ja tatsächlich schick. Und ich glaube auch, dass es viele Leute schick finden. Dann finde ich, haben wir nicht ... Auch wenn es dann kein Film ist oder kein Trailer oder wie auch immer. Dann ist es ... Kann es ... Kann es sehr positiv sein. Kann es aktiv sein? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's ... Wie geht's? Ich bin da Gisqa Val ... Wie geht's ... Wie geht's. Ein Montann? Wie geht's. Es ist sehr cher, es ist sehr, sehr cher. Ich habe mir das Video gesehen. Ich habe ein Foto. Ich glaube, er hat seinen Fotografen mitgebracht. Für Erinnerungsfotos. Er hat eine analoge Kamera. Er hat einen Foto. Er hat einen Foto. Er hat einen Foto. Wie so? Er hat einen Foto. Er hat einen Foto. Untertitelung. BR 2018